Im Winter haben wir weitgehend nichts zu tun mit den Bären. Sie sind in der Winterruhe, sie fressen nichts, sie trinken nichts und sie machen keine Ausscheinungen. Und darum haben wir im Winter nur 120 Stellenprozent verteilt auf drei Personen. Unser Job im Winter ist, dass wir ab Video das Verhalten der Bären während 24 Stunden beobachten plus noch eine Sicherheitskontrolle machen und dann haben wir schon wieder vier Augen. Im Sommer sind wir aber 680 Stellenprozent verteilt auf acht Personen. Unsere Sommerleute gehen aber nicht in die Winterruhe, sondern wir arbeiten im Winter ausserhalb des Bärenlandes. Wie auch immer die Bären. Es kann sich nicht nach hidden, aber eine gewisse Gartenstelle von Bären solst XL für eine fliege Bären.